ja Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech It Let's Play mit mir beim Minecraft und dem Baum Was? War das jetzt bitte? Mit mir dem Minecraft? Mit TGW und mir da wieder 345 der andere Palisir oder so oder Palisori oder so ähm, ja Weißt du was mir gerade auffällt? Ich habe selber zwei rubber trees auf meinem Grundstück stehen, voll cool Apropos rubber trees Ja, ab in den Po mit den rubber trees Okay, war nicht lustig Du warst recht, ich muss auch mal welche setzen Ah, das habe ich jetzt nicht verstanden Egal Ich habe auch nicht zu gehört, aber egal Typisch, typisch, typisch Ich dachte gerade, ich hätte eine Höhle bei mir auf dem Grundstück und dann war das nur ein Creeperloch Das vollne Unverschämtheit Das vollne Unverschämtheit Also ich setze die es einfach hier erstmal irgendwo hin Ich mache dann da später irgendwie eine Farm oder so Jetzt erstmal da mit Schmiss in Waba bekommen und so, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ne, ist klar Gehen wir es eigentlich noch mal auf Füllentur oder? Ja, ja, ich tue nur schneller, was ist auch so vor? An Ofen bauen und d dies sagt die Rohstoffe die ich bis jetzt habe einschmelzen du bist und eben durch den Zaun durch damit stehen Apfel bekommen warum ist der Baum in der Erde was soll es verschlechtert die dritten es ist wahrscheinlich wegen dem Volk wahrscheinlich der wahrscheinlich er ist er voll komisch so ein Baum hatte ich noch nie okay ja ich werde dann wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Folgen das ganze wie heißt das nochmal Ticket Nein Basalt genau das ganze Basalt ähm abbauen auf meinem Grundstück und stattdessen da Erde hinsetzen und nachher genau eben in der Pause musste ich mir schnell ein Bett hinsetzen weil jemand schlafen wollte hatte ich noch nicht aufgenommen und und ach da ist ein Schwein genau auf meinem Zaun wir versuchen dass ich das da reinkriegt wenn ich jetzt böse wären würde ich jetzt sagen hinterm Zaun ist wahrscheinlich auch einzelne der hinter jetzt ist auch ein Hintern zu die sind der zwei aber da ist doch lustig muss nur zugeben naja welk welk st kann Holz mehr nicht gut kein Holz warte ich kann jetzt vielleicht gleich was geben ich guck mal kurz das ich habe 52 Eisenholz wenn du mir dafür ganz für ein ganzes Platz gibt ist mir reichen eigentlich 2 oder 1 Prozent Holzstamm ja ich habe ja 54 Stämme ja mir reicht einer weil ich nicht mehr brauchen und ich kann ja ich will nur ein Schwert machen das so ja und ich will mir eine Quarz Rüstung machen geht das überhaupt wie viel Quarz hast du überhaupt vier Quarz Crystal und zwölf Quarz Quarz das glaube ich äh sollte eigentlich ne so was das denn Cutting Knife keine Quarz Rüstung kann man sich anscheinend auch nicht machen wie viel Quarz habe ich und ich habe gerade nachgeguckt vier Stück und kein nix von dem Pulver ja also heute dein Holz ja okay ich muss mir nur schnell was zu müssen machen ich weiß nicht warum aber ich finde Quarz wird so direkt für den Anfang voll gut zwei Kaffee ich kann es sei ich gerade noch so an sechs Leute also vier andere okay wo bin ich ach der ist wahrscheinlich ganz neu ach hat er schon gemacht okay ich bin mich auch ein OP hier auf dem Server aber Pakt hat oder so St komm doch das ist PS Tim Spick nie wirklich ja weil sie nicht benutzt zu Anfangs zu Anfangs wenn du mit zu Anfang anfängst ja das ist die Abkürzung für Team Spiege TDS ja ich ja ich wenn du mit zu Anfangs vielleicht was mit zu oder was weiß ich sie haben es zu finden Käse es ist egal ich mache es meine Spitzhacke noch kaputt ich habe angenommen du weißt nicht was das ist Tja Tieste falschen ja habe ich schon mitgekriegt so wollen wir denn dann nochmal auf Füllentur oder so gehen ja ich mache nur ein gescheitter Schwert aber ich habe kein Holz ja dann komm halt zu mir ja ich komme ja schon zu dir ja dann mach ich hin ja ich meine ich mache dich hin ja nicht hin nicht 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 von Ernst nee wirklich ja und bringt Quarz mit dem bisschen ha 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 hast du das etwa wieder vergessen ich will nämlich meine ganzen Werkzeuge jetzt erstmal aus Quarz machen dazu brauchst du mein Quarz ja aber ein Quarz Crystal für einen Holzstamm ist ja schon ja was willst du sonst noch haben ein Minimum Scherbe habe ich eine Minimum Scherbe ein von deinem Werkbänken mit zwei sogenannten sie sind beide versichert ich kann den drei Uranium geben 3 4 einen grünen Saphir ich habe nämlich noch nicht so viel ja glaub ich hab mir das egal dann verzichtet ich auf den Quarz das was willst du dir machen eine Sache dann kannst du auch gleich zwei Sticks geben habe ich mich gerade noch übrig oder was willst du dir machen ja ich wollte mir eigentlich auch Werkzeuge machen aber das weiß ich nicht einfach mal mein ganzes Holz mit und kommen dann nochmal zu dir Boomerang oh mein Gott ein Boomerang ja wirklich ein Buch naja ich weiß sogar auswendig wie man den macht super ich bin ganz toller ja ich weiß ey hier hat jemand das Loch gestoppt ne nicht ganz ah man muss ich mich verarschen was folgt noch was folgt noch also wie viel drauf ich gebe jetzt deine drei ja kann man was unterbrechen ja ja ok 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 kleine Geräusche weiter geht's schon für die kurze Unterbrechung immer der David schuld ja jetzt geben bitte die zwei Sticks oder was auch immer hier ist die drei Sticks wenn du mehr brauchst kannst du auch mehr haben man braucht nicht mehr ich bin nicht für drei Sticks bin ich jetzt mal in den kompletten Weg bis zu her und ich erst wir können sich erst mit mit der Zölle erster werden dann zurückholen und dann können wir von mir weg weg gehen ok ok was nehmen sie mit schlimm bisschen Holz mit kommen sieben Reichen das normale Holz aber wenn der Typ mich jetzt da TKW High ok ok kenne ich den ok weiß ich nicht so war schon öfters drauf ok 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 was will denn ich da mit seinem bummerang ey der hat mich fast gekillt mit seinem Chefbommerang ja ja nur weil er dich einmal getroffen hat oder was ich hab nur noch zwei Herz sauer er hat mir drei Herzen abgezogen der Heimel dürfte den ersten nicht kennen wenn auf dem Grundstück ist es auf meinem Grundstück ja es kann nicht sein Arschloch ich werde auch gekillt aber ich bin was wollte ich jetzt was mit ganz aus der Dings gebracht aber auch ein Flaschen Prozent auch aus Rotten Fleisch funktioniert es immer dass man das funktioniert bei Hexen ja auf jeden Fall muss ich irgendwo Erde holen gehen so ich bin mal ganz scheiße ok cool ich finde das ein bisschen wird dass hier immer Tag gemacht wird und so ja er macht halt noch Vorbereitungen ja es ist ja gerade erst am Anfang und da hat einer schon ist einer schon ziemlich weit wer ist das also recht weit für den Anfang wo ist ein Eingang irgendwer das Gefühl ich bin falsch gelatscht ja logisch natürlich bin ich falsch gelatscht und übergebt Grundstück das hat die Möglichkeit ich bin auch dauerndand vorbeigelatscht bedeutet besteht kein Name das hat sich ein paar Augen so jetzt komm ich aber zu dir aus jetzt ist alle Süß auch schon recht weit also naja Palesyre heißt der wirklich Palesyre ja ich denke schon ich würde ja ja ich weiß aber ich will den lieber Pales nennen er hat kurz das Pales nicht bloß das ist nicht Kopp schon er dann können wir mal ich brauche keine Rüstung hast du noch verkehren oder da bräuchte eine mit oder ich nehme ein bisschen nach Kohle Wärme oder werden wir da finden was euch das sind was mit der hatte er dann nämlich noch und die Post macht nicht nur mit dem Minimum 8 Minimum Scherben brauchen wir was ich bin also du hast nicht so verlegen was zu messen auch vier gebratene Speinefleisch und drei Äpfel kann ich was haben weil ich habe nur noch zwei Herzen und ich regenerieren danke kriegst du auch was zurück dann rohes Hühnchen oder was hihihi boah krägt sich gerade noch ausgleichen mit regenerieren oder was ist los egal habe ich eigentlich irgendeine Weibold oh jetzt habe ich wieder Hunger nur den von Sporn warum weil ich ein rohes Hühnchen gestern und genau das bei einem der Hälfte was gesagt hätte ich dir was von meinem Schweinefleisch gegeben ja ich habe ja was kommen jetzt und wenn ich jetzt durchhalte nämlich nicht bewege warte wird er ich bin eh schon weit weg habe ich mich im Grunde nur ein Punkt hinzusetzen nur den von Sporn okay wenn man sich nicht bewegt und wenn man hundert und hat man trotzdem kein Hummer sie sind also aber er ist alles die Welt meint mich ausgleich 1 20 doch ich finde doch dass das und so weiter wenn über den Fluss rüber da nicht so schnell jetzt ist das denn da sind schon 15 Minuten um um wir sagen für Ticket machen wir 20 Minuten Parts ja würde ich auch sagen wir haben nix geschafft in dieser Folge wir sind gar nix wir hören einfach auf wenn wir dann eine Höhle gefunden haben oder so je nachdem wie lang das dann halt schon ist und ich muss irgendwo eine gute Stelle finden um Erde zu holen dann hole ich mir die damit ich mein Grundstück ein bisschen pläten kann und auch und gradigen server steht kurz nach nach ein ganz normaler der Abwohnung wo füsten dort jetzt beim Schneebium durch den Dschungel durchgegangen okay ich bin auch bei Schneebium sie dort die Lichter nicht aber wirst du links von dir ja es ist rechts du hast du hast vor ich habe mich nicht mehr raus müssen wusste aber da hat sich noch ein bisschen er mit das ist aber komplette ausmacht und nicht das ist viel ist das kommen heißen findet wenn hier irgendwann da hat man irgendwann so viel es gibt so viele andere Möglichkeiten sich Werkzeug und sowas zu machen da ist Eisen nicht wirklich so unbedingt ab komm her am Anfang so überlebenswichtig du bist du eigentlich siehst du mich ja ich bin hinter dir jetzt andere Richtung da vorne umdrehen da da sprinter hat jemand Schnee geholt also auch wer hat mich eben mit Schneeballen abgeworfen er hat mich auch das hat weh getan hey guck mal das ist gut dann kann ich dich auch mal mit Schneeballen da wo bist du wo du bist da vorne rechts jetzt da warum kriegst du keinen Schaden weil Schneeballen weil Schneeballe kein Schaden das ist aber nicht normal ist irgendwie hat man da egal schlachtest du die armen Hühnchen brauchen kein großes Hühnchenfleisch nein aber wir brauchen dann vielleicht gebraten ja ich habe mich nur noch drei gebratene Schweinefleisch ja ich habe gar nichts mehr und da sind noch mehr Schweine ich will mir lieber die Schweine ja woleise der Fröse r r r r r r sie müssen sich zählen jetzt 17 n jubzwein kreis kommen mit ihr über Orders und Hügelchen verbrannt das ist also nicht so ein bisschen gebraten ein sind leider nicht verbrannt nur gestorben 20 Jahre und danach sind schon aus dem Weg zu also was ich habe ich im Moment gerade genug trotzdem weiter von mir bewegt sich der Schnee schlicht an den und der Zerpäckchen Naja als an die Bekannte bewegenden Grasheimen und da bewegt sich der Schmied Nürnberg egal egal was er für einen so dass er mit dem Zusammenhang erneut zwischen durch was ich bin wieder weg du bist weg kommst du hier beim Wald Schneewald ja ich auch Koordinaten plus 934 und minus 368 hat jemand gefragt ob wir aufnehmen wo bist du Euro das Wort der Olysseer wo bist du ich bin am Volk an jetzt ich hatte am Volkan okay dann gucke ich mal bis den Vulkan wieder finden das war der Schaaf der Schaaf Schaaf irgendwo da müsste er das sein oder der Schaust halt auf der Mini-Map oder auf der drückend X schausten bei mir nicht drinnen ich bin weit weg dann so ist die Kölner ab und so nein warte ich finde das die erste die Bringer um der Krieg vielleicht am liebsten Prozent Prozent Köln Köln ein Minimumstern Opa ich mache nie wieder ein Graz und drei Zombies ist das halb kaputt der Partei Spinner du bist du jetzt am Volkan wird noch Orschausse doch ich sehe den nach links bisher ganz woanders als ich warum bist du beim Wurzeln geht das ich war auf der ganz anderen Seite von dem Wald aber es wird immer davon was ich bin davon durch nachkommen ich bin jetzt auch auf dem richtigen Haar Eikon was kannst du eigentlich du hast eine Medikapier oder Fallschlauch ich bin auch gar nicht falsch gelaufen ich habe nur kontrolliert ob ich richtig laufe und danach hat sich das ist ein Volk an sind gar nicht aufgeregt habe ich auf Weg dass die falsche Taste gedrückt haben dafür schön ich bin er ich verarschen noch ein Minimumstern Minimumstern Warte einmal Prozent jetzt links von der Messe ist dieser Berg ich würde sagen die man dort auf wird da Erke und dann ist die Folge vorbei wird ich sagen alle ins Bett ja ja wir wir loggen uns ein leichter aus dann können die Schlafen zweiter Faker K aber ich sage wir haben wieder mal überhaupt nichts geschafft sind das Verhältnis und und wie immer so schön in die Haare geben gekriegt ja bis morgen ja tschüss tschau just bis zuk sch se Untertitelung des ZDF, 2020